Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist ihr hier und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Filmvideo. Heute eine weitere Top 10 List und zwar 10 Düfte, die mich extrem glücklich machen. Wichtig zu erwähnen ist, wenn du irgendwie eine schwere Zeit durchmachst oder so, dann werden die Düfte dich wahrscheinlich nicht sofort glücklich machen. Aber ihr könnt trotzdem die Stimmung geben und den Vibe verändern. Und naja, es gilt ja das Gesprächwort, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach verdammt nochmal eine Limonade raus. Und so nach diesem Sinne ist auch das Video gestaltet. Von daher, ja, lehnt euch zurück, nehmt gute Laune mit und genießt die Show. Platz Nummer 9 geht an Victor & Rolf. Ich hätte auch Flower Bomb nehmen können, das macht auch gute Laune, aber ich habe mich für das hier entschieden. Bonbon. Alles, was das Mädchenherz begehrt. Wer das Original nimmt zwei Bonbons in Verspielt, in Girly, in Süß und... Ach, ein bisschen Blumen noch dabei, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ich muss es jetzt mal sprühen. Ach, ja, im Anfang kriegst du tatsächlich so in dem Zwei-Bombon Orange, Mandarine, richtig schön fruchtig und einfach nur lecker. Und später settelt sich das so ein bisschen in Christa halt. Karamell, Werthas, Original. Und, ja, mit so einer Hölzernbasis. Jasmin & Amber natürlich auch im Start. Für die gewisse Weiblichkeit, für die Sexiness. Haben ja viele Frauen bei Filmen, diese Kombo. Ach, es ist so schön. Es hat einfach so eine gute Laune. Ey, die sind in dem Zweinote am Anfang. Und dann spielt da süßes Karamell, wo man sich reinlegen kann. Und es ist... Leute, man kann es nicht hassen. Man kann diesen Duft nicht hassen. Halbbarkeit 2,9 Stunden. Mit einer starken Mittelmerciage. Cooler Duft, echt. Und ja, es soll ein Bonbon sein. Ich dachte früher immer, es wäre so eine Schleife. Oh, es ist ein Bonbon. Platz Nummer 9 geht an Caroline Herrera. Very good girl glam. Leute, die ist bei Flühen, ne? Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ach, das ist einfach so. Du machst einen Beauty-Tag, hast du jetzt so voll genommen. Lässt dir die Nägel machen, gehst ins Paar. Lässt sich irgendwie eincremen, lässt dir gut gehen. Machst einfach so einen richtig schönen Girlie-Tag. Mit diversen Beauty-Aktivitäten. Und so riecht das halt. Hier ist so eine Rosenwassernote drin, ne? Die einfach nur nach Beauty riecht. Es ist ein Traum. Und das schützt mir das Ganze von ein bisschen Kirsche. Von ein bisschen Mandel. Jetzt denkt man nicht, dass es Gellar L'Apetit Rope Noir ist. Das ist so ein süßer, schwerer Duft. Nee. Das Rosenwassert, diese Beauty-Note. Diese Schönheitssalon-Note. Die ist hier im Vordergrund. Ich bin ein bisschen Mandelot unterstützt. Noch sehr, sehr schön. Ich liebe es. Also das ist das beste Carolina Herrera-Bafil. Bei weitem. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist bei weitem das Beste. Und das riecht so schön. Das riecht so schön. Wirklich so richtig feminin. Du hast alles im Griff. Du lässt dir gut gehen. Du hast heute einen schönen Tag. So riecht das für mich. 13 Stuhl-Haltbarkeit. Mit einer starken Siarsch. Und ich liebe es wirklich. Very good girl. Blam. Platz Nummer 80 geht an das meistverkaufte Parfum für Frauen bei Amazon. Zwar Nivea Sun. Jetzt sind wahrscheinlich einige überrascht. Hä, Nivea Sun auf Platz Nummer 8? Weiß ich. Wenn es so richtig heiß ist. Und ich hasse ja Witze. Ich habe keinen Bock, dann rauszugehen. Ich habe keinen Bock, Videos machen. Ich habe keinen Bock, mich irgendwie hinzufletzen, weil es viel zu heiß ist. Man hat keinen Bock auf nichts. Aber dann sprichst du Nivea Sun. Und dann bist du gewappnet. Das ist wie so eine Ritterrüstung gegen Sonne. Weil ganz ehrlich, es riecht so leicht abkühlen. Du hast Sonnencreme-Vibes. Gute Laune im Flakon. Ich weiß nicht, warum Sonnencreme, diese Nivea Sonnencreme so glücklich macht. Die riecht wirklich nach guter Laune. Oh, und dann genießt du plötzlich die Sonne. Das ist wie ein Gegengift gegen die Sonne. Ich liebe es. Es riecht so schön. So schön, grünen Noten. So ein paar pudren Noten, Blüten. Aber im Grunde genommen riecht es wie typische Nivea Sonnencreme. Es macht wirklich gute Laune. Ihr merkt das, ne? Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Und dafür, dass man so eine Drogerie für 20 Euro kaufen kann. Acht Stunden halber kam in einem starken Jahr. Kannst du dich nicht beschweren. Wirklich. Und wenn es Winter ist und du möchtest Sommer-Vibes haben. Minus 5 Grad draußen. Und du beschwerst die Sonne. Einmal so mal. Oh nein. Möge der Sommer mit dir sein. Wirklich. So schön, wie wir es haben. Platz Nummer 7 wird auch wahrscheinlich viel überraschendes neues Parfum meiner Sammlung. Eins meiner neuen Parfums. Und zwar. Jetzt kommt eine kleine Story. Ich hatte Warenkorb irgendwie auf 90 Euro. Für 100 Euro gibt es halt den Versand umsonst. Und denkt man sich natürlich als Girl so. Girl, Marv. Okay, jetzt kaufst du einfach was, was du nicht haben möchtest. Nur damit du den Versand nicht bezahlen musst. 5 Euro kostet der Versand. Hab mir so gedacht, okay. Knapp über 10 Euro ausgeben. Gut, dann musst du theoretisch ja noch 7 Euro mehr bezahlen für was, was du nicht haben möchtest. Aber vielleicht ist ja trotzdem cool. Jetzt hat man die Chance, was günstiger ist, auszuprobieren, ohne sich dann irgendwie schlecht zu fühlen. Meine Vibe fiel auf Pulli. Pulli ist to be woman. Ich weiß, der Flakon ist übelst edgy, übelst cheesy. So ein Totenkopf. Ist ja gar nicht so mein Vibe. Ich bin ja kein Gothic Girl. Ihr seht mich ja. Ich stehe zwar auf diese dunklen Düfte, diese Gothic-artigen Düfte, nur Black Orchid und so. Aber nee. Totenkopf, nicht mein Vibe. Aber der Duft. Ich hab nichts erwartet. Ich hab negative Reviews dazu gesehen. Alle halten das, was für mich denken wir so. Okay. Gut. Hast du halt jetzt zwölf Euro, oder was das gekostet hat, weggeschmissen. Dann ist es so. Aber du hast ein Policeduft, hast ein Negativbeispiel und irgendwie lustig mal so einen Policeduft zu haben. Mit einem toten Kopf, wenn er da so rumsteht. Ist irgendwie lustig. Halt auch Spaß gekauft. Ich hab nichts erwartet. Meine Erwartungen waren nicht hier. Die waren ganz unten im Keller. Ich sprühe den Duft. Und ich war begeistert. Day one. Das war lieber auf den ersten Sniff. Das ist so richtig, dass ich hier durfte. Ey, gute Laune. Garantiert. Ey, das ist so ein cooler Duft. Holt euch den. 175 Milliliter. Äh, 125 Milliliter. Irgendwie 13 Euro, oder was ich bezahlt habe. So geil. Wie riecht der? Das ist einen richtig frischen Apfel. Und zermahlene Unimitte. Und zermahlene Karnevalsbonbons. Ich komme aus Kalldorf ursprünglich. For whatever reason, wo in den Kalldorfen so ein kleines Dorf mit 1200 Einwohnern. Karneval gefeiert. Nach dem Kölner Vorbild haben sich die Dorfbewohner dazu auserkoren. Irgendwie Karneval zu feiern. Auch richtig mit Umzugswagen, Kostümen und so. Und die haben immer so billige Bonbons geschmissen. Wuscht. Wuscht. Billige Fruchtbonbons. Und genau so riecht das. Stellt euch vor, ihr habt so mal diese billigen Fruchtbonbons. Habt da noch so eine zidrische Note wie Sprite. Sprite mit Bonbons. Und die haben die Farbe. Es ist Lean. Leute, es ist Lean. Das, was die Rapper immer trinken. Cotein und Promethazine. Die machen doch irgendwie so Hustensaft in Sprite. Und zermahlen Bonbons. Candy. Und da hat das diese Farbe. Gut, es riecht jetzt nicht nach Hustensaft. Aber stell euch wirklich vor. Sprite mit Bonbons. Quasi das Lean-Bafüm, ey. Es ist so geil. Es ist so geil, wirklich. Wirklich fruchtig. Bisschen sauer. Weil es ist ein grüner Apfel und dann Limette. Und dann diese Süßigkeiten. Bisschen begleitet von Blooming-Noten. Wow. Ist das ein geiler Dorf. Wirklich. Ich meine das jetzt voll ernst. Ich meine das voll ernst. Alle haten den. Ich finde den voll geil. Ich finde den richtig gut. Macht so gute Laune. Ist wirklich so wie Kindheit. Keine Sorgen. Du sammelst da wie so ein Hund. Dein Stöckchen die Bonbons auf. Und dann isst du die Bonbons. Und bist einfach glücklich, dass du ein paar Süßigkeiten hast. So riecht dieser Duft so geil, ey. 7 Stunden Halbigkeit für den Preis. Ist okay. Ist okay. Das Jahrschuss im mittleren Bereich. Also sehr durchschnittlich. Aber ich finde den Geruch so toll. Es riecht wirklich nicht. Das sind billige Bonbons. Wenn du zermalzt und den Duft packst. Boah. Ich liebe es. Polier es. To be. Oh Mann. König der gute Launendüfte ist eigentlich nur einer. Und dieser Name ist Mark Jacobs. Platz Nummer 6. Dort von Mark Jacobs. Das finde ich der letzte Mark Jacobs. Ich hätte auch Daisy reinnehmen können. Aber wartet es ab. So. Dort. Dieser Duft. Mh. Der ist so cool. Rote Beeren. Drachenfrucht. Einmalig in diesem Parfüm. Wenn mir irgendeinen Duft der Drachenfrucht hat. Oh. Das hat so eine ganz besondere tropische Komponente. Die einfach lächeln auf dein Gesicht zaubert. Kokoswasser. Sehr tropical. Dann auch Treibholz. So salziges, meeresartiges Holz. Und Vanille. Gute Laune Vanille. Kombiniert mit den Früchten. Das sind tropical vibes. Den tropischen Holz. Kokoswasser. Das ist ein ganz toller Duft. Täglich. Als wärst du mit guter Laune auf einer einsamen Insel gestrandet. Das ist keine schlimme einsame Insel. Das ist eine einsame Insel, wo du den ganzen Tag Spaß haben wirst. Wo du nicht in Gefahr lebst. Wo du die ganze Zeit was abgehst. Oh, ich liebe es. Mark Jacobs dort. Ganz toll. Halberkreis bei neun Stunden. Siarj. Oberes Mittelmaß. Cooler. Du. Voll underrated. Platz Nummer 5. Die Queen. Der Gormond-Düfte. Solcherosa 62. Von Sol de Janeiro. Oh mein Gott. Oh, da kriegt man einfach wirklich so gute Laune. Das ist einfach eine Gormond-Explosion. Da möchtest du reinbeißen. Ich möchte da echt reinbeißen. Ich wünsche es gäbe. Das hier zum Essen. Sol de Janeiro. Mach das doch als Speise. Das wäre das beste Dessert auf diesem Planeten. Da kommst du Pistazie. Mandel. Salzkarmel. Vanille. Und ein bisschen Sandeholz. Zu abruhen. Hediotrop. Gibt den ganzen Tag so eine kirschige Norde. Das ist so eine Gormond-Explosion. Pistazie. Wie so ein Pistazie-Eis. Da noch mit Mandel und Vanille. So richtig schwer und süß. Manche sagen, das ist so ein Sommergormond. Ja, kann man auch im Sommer tragen. Ich finde gerade im Winter. Ist das so schön. Das macht einfach glücklich. Weil es wirklich riecht wie ein Snack. Und wenn du so einen Snack vor dir hast. Der so riecht. Da kannst du nur glücklich sein. Das ist eine Explosion. Von den Gaumen. Das ist so lecker. Es riecht so lecker. Wirklich. Sieben Stunden leider nur die Haltbarkeit. Aber. Ja. Starke Mittelmaß. Ja. Cooler Duft. Wirklich. Queen of Gormons. Wer Gormond-Düfte liebt. Wer es super süß. Ultra süß mag. Go for it. Platz Nummer 4 geht an. Moncera. Tonka Cola. Der ist Schuwa-Chups-Lutscher aus meiner Kindheit. Wirklich. Also das macht wirklich glücklich. Riecht wie so ein Cola-Schuwa-Chups-Lutscher. Mit einer leichten Kirschnote. Und ganz viel Zitrone. In your face. Ist quasi Schuwa-Chups. Äh. Zitronen-Cola-Lutscher. Mit einer Kirschen-Note. Später zählt sich das so ein bisschen. Dann kommt halt Tonka-Borri. Vanille. Und Patchouli und so. Da verschwindet so die sauer Zitrische. Die Candy-artige. Die Lutscher-mäßige. Und der wird der Duft ein bisschen schwerer. Ein bisschen süßer. Und weniger synthetisch. Am Anfang ist er sehr synthetisch. Aber macht einfach gute Laune. Zitrus-Früchte. Hebt mir sowieso die Stimmung. Macht gute Laune. Und einfach, dass es so riecht wie so ein Schuwa-Chups-Cola-Lutscher. Das ist amazing. Das ist amazing. Das bringt dich zurück in die Kindheit. Und wir sind in die Kindheit. Wenn wir ein Kind, was irgendwie Sorgen hat. Außer, gut, es gibt immer Einzelfälle, wo es Probleme in der Familie gibt. Aber so Otto-Normalverbraucher-Kind. Hat halt keine Sorgen. Hat Spaß an allen. Und hat dann den Lutscher. Und so riecht das. Also ist so cool. Hm. Ist so cool. Wirklich, mit ein bisschen Zimt noch. Tonka-Cola kann ich nur empfehlen. Macht super gute Laune. 24 Stunden Haltbarkeit. Das ist auch nicht zu verachten. Und Serge ist auch sehr, sehr stark. Tonka-Cola wirklich lustiger Duft. Platz 3 geht an Burberry Her. Das Westfalfüm von Burberry. Riecht wie Barker Rouge. Nur ein Gurney. Mit so einem Erdbeermilch-Shake. Wirklich ganz viele Beeren. Vor allem die Erdbeere. So eine milchigen, fluffigen Komponente. Und dann diese typische, luftige, Jasmin-Ember-Moschus. Second Skin-like Barker Rouge DNA. Barker Rouge riecht ja so ein bisschen wie die Zuckerwatte. Mit salziger Meeresbrise kombiniert. Und das findet man hier auch wieder so richtig schön Zuckerwatte. Aber mit Erdbeermilch-Shake-Komponenten. So schön. Gurley. Verspielt. Und das Barker Rouge DNA macht generell auch gute Laune. Und Burberry Her ist das Verspielteste davon. Falls eben halt mit diesem Erdbeermilch-Shake kombiniert wird. Und ja. Es ist schön. Es ist einfach schön. Hörbarkeit ist hier auch Beastmode wirklich. 19 Stunden mit der starken Siage. Das Barfüm kennt keine Gnade. Platz 2 bringt mich immer auf den Rummel. Pink Sugar Berry Blast. Ich hätte hier jedes Pink Sugar Barfüm reinnehmen können. Das normale. Das Red Velvet. Creamy Sunshine. Das neue. Lolli Pink. So ein Lolli. Riecht Apfel Lolli. Aber ich habe mich für das hier entschieden. Weil es mein Lieblings Pink Sugar Barfüm ist. Generell die Pink Sugar Barfüm ist immer eine gute Laune. Und das hier ist einfach so geil. Es riecht. Oh ich muss es jetzt sprühen. Ich muss es sprühen. Oh es ist so schön. Es ist so schön. Es ist eine Blaubeer Zuckerwatte. Blaubeer Zuckerwatte mit allen Ressourcen. Ja man kennt es. Wirklich. Bärig. Faschbier. Ultra girly. Der Zuckerwatte. Ein bisschen Karamell. Vanille. Tonkapone. Heidelbeere. Brombeere. Alles hier drin. Blaubeere. Ein bisschen Kirsche. Es ist so geil. Es ist so verdammt geil. Es ist wirklich der Jahrmarkt. Beim Jahrmarkt kriegst du kandierte Früchte. Kriegst Früchte. Generell alles was süß ist. Sei es jetzt Früchte oder irgendwelche Süßspeisen. Alles hier drin. Zuckerwatte. Karamell. Die Früchte. Es ist so geil. Es riecht wirklich wie auf einer Kirmes. 20 Stunden Halbbarkeit. Gute Laune. Ist ich nur hier. Die ist dann da ganz oben. Hörer als jedes Hochhaus. Und echt. Ein, zwei absoluten Lieblingsperfüms. Of all time. Halbbarkeit ist so krass. 20 Stunden plus die Hache. Ultra strong. Für 18 Euro. Auch das gibt mir gute Laune. Das ist so ein geiles Parfüm. So stark ist. Nicht mal viel kostet. Wow. Hi, Lover. Platz O1 geht an. Marc Jacobs. Ich habe es ja angeteasert. Perfekt. Boah. Das war für mich. Rieche. Und ich habe manchmal erfahren, wo es mir echt nicht so gut geht. Riecht es einfach in Perfekt. Und dann geht es mir natürlich den Tag trotzdem nicht gut. Aber es geht mir besser. Das ist wie so ein Kummerkasten. Weißt du, du kannst dich ja aussprechen. Und dann geht es dir irgendwie etwas besser. Wow. Wie riecht das? Du bekommst hier eine ganz schöne Mandelmilchnote. Hier richtig schön cremig. Und fluffig süßes. Mit Zedernholz. Und Rhabarber. Diese Rhabarber. Nur dieses fruchtige Besondere. Gemischt mit der Mandelmilch. Und dieser Narzisse. Wow. Und ein bisschen Banane kriegst du auch raus. Ich weiß. Ich lasse mich vielleicht hiervon verarschen. Sag ich jetzt mal. Aber es riecht auch ein bisschen nach Banane. Cremig. Spritzig. Es ist ein Traum. Riecht wie so ein richtig schönes Gürtel. Fruchtshampoo. In the best way possible. Aber es ist so ein schöner Duft. Wenn ich weiß, was du tragen möchtest. Wenn du einfach eine gute Laune haben möchtest. Dann sprühst du Marc Jacobs. Perfekt. Und die Welt ist auch perfekt. Sieben Stunden hält das Ding leider nur mittelmäßiger Siage. Aber es ist so schön. Es ist so schön. Und wenn es jemand wahrnimmt. Dann gibt es auch Komplimente ohne Ende. Gilt aber für alle Düfte. So ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch anstecken mit meiner guten Laune von diesen Düften. Checkt die mal gerne aus. Wenn ihr auch gute Laune haben möchtet. Weil das sind wirklich. Was sind so schöne Düfte. Die. Die feuern dich immer an. Durch den Alltag zu kommen. Und bringen dir echt. Ganz tolle Zeiten. In diesem Sinne. Für euch mal. Für euch gerne wissen. Welche Düfte euch glücklich machen. Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich liebe zwar diese schweren Düfte wie Alien. und Dior Addict und sowas. Aber das sind eher Düfte, die mich sexy rüberkommen lassen. Und wo ich mich dann stark fühle. Aber das sind Düfte, die machen mich einfach glücklich. Wie es war euch. Schreibt es unten in den Kommentaren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch. Falls es euch gefallen hat. 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 Und ansonsten bleibt nur eins zu sagen. Stay awesome. Eure. Cecile. Ciao. Oh hallo. Freut mich, dass du immer noch da wirst. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast. Kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao.